Servus, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen beim Ultratolle. Servus, sagst du? Hol mal Willi kurz ran. Heute eine Special Episode mit... Mann, du fauner Hund, Alter. Willi, jetzt komm mal... Ja, warum würde ich dir das aufschließen? Ja, wenn Willi jetzt auch mal dazugehört, Fredi, außerdem seid ihr noch gute Freunde. So Willi, willkommen beim Ultratallent. Du stehst hier vorne, ganz ungeniert. Oh Gott, ist das gruselig. Guck mal genau zwischen uns. Ja, ich bin der Willi. Ich schwöre, ich kick gleich. Okay, Willi, bleibt dahinter Fredi Stuhl stehen, da ist es gut. Alles gut, Willi beißt nicht. Willi ist nur vom Teufel besessen, weil wir den haben ja vom Flohmarkt gekauft und der ist verhext. Leute, heute wieder Ultratallent, wir haben wieder ultrageile Kandidaten am Stadion. Ich würde sagen, wir fangen an mit nicht wirklich Klavier spielen. Du kannst nicht wirklich Klavier spielen. Eine Minute, 37 Sekunden später. Oh, ich hatte die ganze Zeit den Sound aus bei allen anderen. Du, Jason, mach das doch einfach nochmal ganz kurz und ich hatte zufällig den Sound einfach aus, also... G-G-Tree, okay. Deine Hände geh weit. Nein, warum weit meine Hände? Wie soll ein Mensch das Herz tragen? Oh, die Depressiva ist so schön. Dich alle Tage zu sehen. Willi, Alter, weh, 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 weh! Ohne Simon zu vergehen. Willi ist maskiert. Nein! Das ist Willi! Das ist nicht Felix Puppe! Das ist Willi! Der bleibt jetzt! Hier! Danke, Jason. Danke. Dankeschön, dass ich mitmachen durfte. So. Jetzt mach dein Trinkt-Torio. Wollt ihr in ner Flasche oder im Glas trinken? Beides. Beide Glas. Zuerst nehmt ihr die Flasche und öffnet den Deckel. Danach nehmt ihr die Flasche, lebt sie hoch und zieht in euren Mund. Danach rückt ihr sie etwas weiter hoch, damit etwas Wasser in euren Mund kommt. Danach legt ihr sie runter. Und wenn ihr etwas ausgeschüttet habt, dann ist das kein Problem. Solange ist kein Wasser mehr, sondern alt, hier riecht euer Augen dann gut. Das war's dann schön. Hab ich gewonnen? Ähm, ja, und zwar... User in your channel was banned from the server. Horst Floch, ne, komm. Horst. Horst. Ja. Hallo. Hallo. Bin ich schon da? Ja, du bist schon da. Mir geht es dir. Mir geht es dir. Mir geht es besser. Moment mal, du hörst dich aber nicht so gut an. Ich glaub, du bist gestresst. Ich bin gestresst und krank. Das ist ganz richtig. Moment, hast du dir Flasche getrunken hier? Ja. Ich bin krank geworden wegen dir. Doch. Ich hab auch gekotzt. Ich hab keinen Fieber. Kann ich aber bestätigen, dass mein Ehemann irgendwas mitgeschleppt hat. Ich hab die Siffelseuche jetzt auch am Sack. Freddy ist dein Ehemann? Ja, wir haben doch geheiratet das letzte Mal. Oh. Nur leider ging da nicht mehr besonders viel nach der Hochzeitsnacht. Ähm. Also, musste ich in so ein Etablissement gehen. Oh. Da hab ich mich da mal so massieren lassen. Da wird mal massiert. Das kennst du bestimmt. So am Nacken. So an die Armen. Und der sagt die Massage. Und jetzt umdrehen, sagt sie. Der sagt, ist okay. Dann machen wir halt auf die Art und Weise noch ein bisschen weiter. Ja. Ja, ich bin doch Horst Flock. Großes F, kleiner Säbel. Und der sagt die Masseuse. Mein Name ist Nadja. Großes S. Großer Säbel. Und ich denk mir, Scheiße, was machst du jetzt? Jetzt bist du drin. Jetzt kannst du nicht mehr weg. Aber jetzt soll ich dir sagen, bezahlt ist bezahlt. Ich hab's durchgezogen. Äh. 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 Ja. Ich hab dir was mitgebracht. Äh. Was denn? Ja, pass auf. Also nicht ich. Aber der Caller ist der Lkw-Fahrer, ne? Ja. Ja, pass auf. Der hat ne Story für dich. Dem ist was passiert. Hör mal. Das ist ganz große Klasse. Ich hol ihn mal. Ja, pass auf. Kannst du dir den vorstellen? Ich war neulich wieder auf der A3 unterwegs. Leck mich am Mocker, ne? Überall diese Scheiße Sojaschnecken auf der Bahn vor mir, ne? Komm ja nicht vom Fleck die Plastikbomber. Scheißdreck auf jeden Fall. Ich hab's eilig. Bin also losmarschiert, ja? Und dann seh ich dann von ganz weit weg. Seh ich dann irgendwie so ein ganz kleines blaues Männchen auf der Straße stehen, ne? Halt rechts an. Mach das Fenster runter und sag. Hör mal. Was ist mit dir? Was ist... Was stehst du hier auf der Straße rum? Warum bist du blau? Ne? Sagt das Vieh auf einmal zu mir. Hallo. Ich bin ein kleines blaues schwules Männchen vom Mars. Und ich hab Hunger. Dann denk ich mir. Ja gut. Dann gibts ein Brötchen. Hat ihn also ein Brötchen gegeben. Ich bin ja netter, ne? 100 Meter weiter weg steht auf einmal ein rotes Männchen. Kannst dir nicht ausdenken, so ein Kram. Das passiert nur in Deutschland. Was ist das? Also, ich halt an. Und ich sag. Und, was bist du? Hallo. Ich sag. Ich bin Schwule. Komm von der Tour. Ich hab Lust. Dann denk ich mir. Sau geil. Erst mein Brötchen weg. Jetzt krieg ich dir auch noch meine letzte Pulle Bier. Steht auf einmal so ein scharf grünes Männchen auf der Straße. Ich halt an. Mach den Scheiß, wenn's doch. Oder frag den Flachwichter. Was zum Fick willst du jetzt von mir? Guten Abend. Ich hätte gern ihre Fahrzeugpapiere und den Führerschein gesehen. Hallo? Äh. Hi. 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 Hast du eigentlich so eine Stand-Up-Tour, wo du mal hingehst? Ich glaub, das funktioniert in Deutschland ganz gut, oder? Ja. Wenn ich unten bei dir in den Kandidaten-Channel bin, in der Sekunde überlege ich mir erst, was ich hier oben mache. Ja, ist doch noch besser. Kannst ja grobe Outlines nur für ein Programm festlegen und den Rest improvisieren. Mach mal was mit... Mach's gut, Horst. Danke, ne? Ciao. Ciao. Ja, gut. Haben wir jetzt gepiepst, ne? Hallo? Hallo? Hallo. Hi. Äh, hi Stummi und ähm... Hi. Kotze. Ja, das bin ich. Hahaha. Okay. Richtig enttäuscht. Hahaha. Never meet your idols, Alter. Hahaha. Ja, also willst du anfangen, oder? Ähm, ja, ich fang jetzt an. Damals in der Schule, da warst du schon ein Arsch. Jetzt machst du auf Hacker und du fühlst dich sehr hart. Mama und Papa gaben dir nie Liebe, ne Schelle. Im Alltag der beste Weg zum Siege. User was moved out of your channel. Was war das jetzt für ein Anti-Hacker-Song? Mein Vater singt für euch. Ja, ähm, meine Schwester hat sich aufgeregt. Das so. Und dein Vater? Ähm, mein Vater ist auch weg. Ja, und jetzt? Ja, und jetzt? Ja, keine Ahnung. Also, gibt's kein Talent, der ist von dir? Ähm, nein, ähm, nein. In der, ähm, ähm... User in your channel was banned from the server. Das war jetzt gemein. Der weint doch. Die Schwester ist schon weg. Der Vater ist auch abgehauen. Der Junge ist alleine, Alter. Hallo? Hallo? Die ist einfach rausgemoved worden. Von wem? Äh, weiß nicht. Äh. Ja, machen wir. Hallo? Hallo? Ja, ich kann... Ich hab nen Song geschrieben. Ich und dieser Richard sind ein Judespaar. Da sind einer und die Mann der Neen. Und in der Augen für die geilen Fahrt. Ich mach. Und sie ich bin weiter für ein Jahr. Weil Tags, ein Tags, ein Tags auf Tag. In dem Band mit der Hand. Und ich fühl gern noch an. Sind ich so zum Glück. Grüße die Gehen aus. Anni. 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 Danke, danke. Ich find's gut, dass du immer wieder angesetzt hast. Das hat's nochmal verbessert. Kann ich noch jemanden grüßen? Mad respect, ja bitte. Äh, ich grüße den... User was moved out of your channel. Alter, das hab ich tatsächlich ein bisschen gekillt. Der Typ war gut, ne? Leon ist wieder da. Leon Music, Mensch, ich dachte du wärst tot. Alter, dachte ich auch, aber nee. Ich hab euch hier... Kennt ihr den Fortnite-Song von Danogy? Ja. Noch nie gehört. Den hab ich mal ein bisschen mit eingebaut und umgeschrieben. Okay, okay, okay. Ich bin einer von hundert. Trolle mit meinem Jumppad. Komm in deine Base runter. Flex ich von hinten weg. Ich bin voll equipped. Hab 200 Leben. Stoppen kann ich keine, denn ich bin noch überlegen. Shit, ich hab's voll verscheckt. Gleich werde ich von der Song gerackt. Ich bin Erflucht vor der Zone. Inzwischen durchducken, jumpen, nachladen und am Pan. Erflucht vor der Zone. Die Zone. Gibt's mehr, Taki? 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 Letzter Gegner, Mivi. Alter. Mit sowas einfach mal zu DSDS zu gehen, ne? Leon, du hast dich ja krank verbessert, Alter. Dankeschön. Leon, dickes Danke, bleib mal hier, ne? Respekt, Respekt, Alter. Geil. Richtig krass. Hallo. Ja, hi. Mein Name ist Ulrike Bethmann. Okay. Ähm. Ich, ich singe. Ich singe. Ich kann singen. Okay, mach einfach. Alter, was ist das schon wieder für ne Episode heute? Which way is wrong? How do I say that I need to move on? You know we had the tip of ways. And it feels like I am just too close to love you. There is nothing I can really say. Ey. Danke. Danke, Mann. Geil. Dankeschön. Kein Problem. Tschüssi. Hallo. Hallo. Ich würde gerne was hin. Ja, Seppi, dann mach doch mal. Okay. Boah, geil. Versteh dein Haus in Neuruppin. Was ist dran? Ja. Neuruppin. Ja. Ja, Neuruppin. Das Haus ist ziemlich alt. Cool an. Danke. Also eine edgy Stimme. Seppi, danke schön, du hast eine sehr ausgefallene Stimme, gefällt mir sehr gut. Dankeschön. Dankeschön. Mach's gut, ne? Jo. Ich hab ne Cap gewonnen, die ist aber kaputt. Leon, dann schick ich dir später Nacktbilder von meinen Füßen. Bleib mal da unten, ich meld mich gleich nochmal. Du hast gewonnen. Glückwunsch. Also Leute. Dankeschön, Schatzi. Macht's gut. Das war's vom Ulder Talent. Schöne Folge. Talentierte Sänger wieder am Start, ne? Sturmwaffels neuer Merchjob ist draußen, Leute. Schaut mal vorbei, der Link ist in der Videobeschreibung. Deppt auf die Hater, deppt auf eure Eltern. Tobi, du noch irgendwas zu sagen? Ne, bei mir war eigentlich alles gut. So, haut rein, bis zum nächsten Mal, ne? Ciao. Macht's gut, haut rein, ciao, ciao! Ich werde ihn einfach lieb ficken, ficken für Acht. Er auf dem Rücken und ich auf dem Dach. Mal schnell und mal langsam und irgendwann sehen wir uns gemeinsam die Sterne an. Doch wir sind auf der Flucht vor der Sonne. Wir sind auf der Flucht vor der Sonne. Flucht vor der Sonne. Sonne, yeah. Och, das wäre die Schl muerte. Eine erste Rei –ださい głos. Merchgedeutsche Valenteon. Oh,llrich wird – sie geben viele König. Äh, ne? dni? Untertitelung des ZDF, 2020